Finde die Wahrheit hinter der Legende heraus, sprich mit langstes Geist, um herauszufinden, was mit Odessa und der Fackel der Hoffnung passiert ist und beende die Sammlung der Reliquien. Ja, wir haben aber trotzdem noch einiges zu sammeln und ich würde mir das hier natürlich erst mal genauer angucken wollen. Okay, ich, ja gut, dann, ich dachte, das Ding geht jetzt auf und man sieht irgendjemand da drin liegen, Lachsin zum Beispiel, aber dass ich hier so ein Juwelenlorbeerblatt bekomme, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, so, was haben wir denn hier? Was muss ich tun, um die Krypta zu öffnen? Gute Frage, wir brauchen einen Zauberstab. Sesam, öffne dich. Oh, mehr ist hier gar nicht zu tun. Oh, doch, wir haben die Fackeln der Hoffnung angemacht. Oder nicht? Sind das die Fackeln der Hoffnung? Nö. Okay. Ich brauche ein Werkzeug, um die Clips zu öffnen. Stimmt, da war ja noch was. Das müssen wir mit Sicherheit dort einsetzen. Mhm, mhm, mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal zurück. Es gibt hier noch einiges zu tun. Also war mir zumindest so. Sternenlicht, Sternhell. Guck mal, die Kerze da. Ist auch hell. Die Kerze leuchtet auch. Ja, dem. Na gut, das funktioniert erst mal nicht, aber ich finde, es ist schon wieder ganz schön leise hier. Musik musste ich ja ausmachen. Nee, aber da hat sich eigentlich gar nichts weiter verändert. Hm, merkwürdig. Außer der Wind, der rauscht, das hört man und irgendwo ist ein Gewässer, aber ansonsten ziemlich leise. So, die junge Dame braucht noch ein Diadem. Hm, ein Sternchen. Kriege ich hier noch irgendwas? Okay, wir haben zwei Runentrapeze. Ach ja, hier müssen wir nämlich irgendwas klöppeln. Die fehlende Figur wird diese Box wahrscheinlich öffnen. Ja. Mhm. Okay, ich gehe nochmal zum Leuchtfeuer. Nee. Nee, ich wollte... Ja, ich kann mich doch unmöglich verlaufen haben. Ach, da oben. Gut, ich habe mich schon gewundert. Ach, Quatsch, ich habe mich trotzdem verlaufen. Okay, wir müssen nochmal zurück. Hier müssen wir den Stern einsetzen, um die Zauberbox zu öffnen. Und es gibt eine Figur und das zweite Lorbeerblatt. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir das reinsetzen müssen. Ähm... Na gut, wir gehen nochmal zum Grab. Ach, die Schmiedfigur haben wir bekommen. Äh, da. Nee. Okay. Unglaublich. Oh, hey, eine Zange. Eine Zange. Wo sind die fehlenden Teile? Was, da fehlt immer noch was? Ist? Hm. Okay. Die fehlen. Nein, falscher Weg. Hier müssen wir hin. Eigentlich gar nicht so schwer zu merken. Nein, es ist ein Wimmelbild. Aber der Sarkophag hat sich geöffnet. Und wir finden da drin einen Ritter, der schon ein bisschen lang da drin liegt. Naja. Passiert. So, was suchen wir denn? Wir suchen Umrisse, eine Schriftrolle, ein Messer, eine Rüstungsdekoration, ein Geweih und eine Schlüsselform. Und hier haben wir noch einen Phönixkopf. Ich verstehe. So, das Geweih ist schon mal da. Verschwindekäfer. So macht man das. Okay, so, die Schriftrolle. In dieser Truhe fehlt ein Ornament. Und da brauchen wir ein Werkzeug. Wahrscheinlich ein Messer. Gib mal dein Dolch her oder was auch immer das ist. Also ein Schwert ist es ja nun wirklich nicht. Ein Messer. Und ein Rüstungsornament. Aber es könnte natürlich genauso gut in der Kiste versteckt sein. Super, ich bin ja voll erfolgreich hier. Ein Teil dieser Stulpe fehlt. Stulpe. Armstulpe. Mhm. Ja, das sieht doch alles echt nicht gut aus. Krieg ich das hier wenigstens? Nee. Nee, zurück wollen wir nicht. Das ist ein Spiegel. Kerzenständer. Schriftrolle. Muss ich die irgendwo hinpacken? Und das Loch stecken? Na, der braucht jetzt nichts mehr zu lesen. Verbrennen. Ähm, hm. Verbrennen? Ah, man kriegt das natürlich nicht so auf. Ist ja klar. So, und dort ist ein Schlüssel. Okay, wir haben einen Phönix-Kopf. Wo haben wir den Rest vom Phönix? Tja, wenn der jetzt gerade Asche ist, dann haben wir natürlich ein großes Problem. Na, vielleicht. Ach was. Toll, eine Sanduhr. Ach nee, die bekommen wir gar nicht. Hier haben wir Rüstungsdekoration. Ah, doch, wir kriegen tatsächlich dieses komische Ding. So, das Messer. Das müssen wir hier abkratzen. Toll, wir haben eine Form bekommen. Eine Schlüsselform. Super, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch etwas, um... zum Schmelzen. Gut, das war's hier. Das ist ja mal... Mau. So, nein, ich wollte doch... Nein, ich wollte doch hier eigentlich nur draufklicken. Aber hier sind wir anscheinend schon fertig. So, hier sind wir auch fertig. Okay. Das war's. Krass. Hier müssen wir auch nichts... Entschuldigung. Nichts mehr machen. So, die junge Dame ist auch bedient. Und... Tja, hier können wir zwar das Teil hinlegen. Der hat etwas anderes vermogen. Brennerdichtung. Okay, wo haben wir was zu brennen? Oder kann ich das hier so reinmachen? Aber... Ich vermute mal, das kann man dann abkühlen. Das wäre eigentlich auch logisch. Gut, wir gehen mal weiter. So, die Kiste haben wir geöffnet. Ach nee, wir sind... Wir sind falsch gegangen. So, hier sind wir fertig. Ach, die Lorbeerblätter. Ohi... I thought I would defeat the evil by sealing the destiny. The source of her corruption remain. And I will destroy the crystal that poisoned her heart and set her free. Hey, warum ist das heute so leise? Also, das tut mir leid. Ich kann es ja leider nicht mehr zurückspulen. Gut, wir haben... Goldklumpen. Also, wir sollen das Herz... Ne, den Kristall zerstören, den das Herz von Odessa vergiftete. Ich verstehe. Tür... Was bräuchten wir? Irgendetwas um das Ganze? Achso, warte mal. Ja, ne, mach nochmal. So. Ach, äh? Okay, das ist von alleine geschmolzen. Das ist ein Mikrowellentopf. Das wusste ich natürlich nicht. Aber der Schlüssel gefällt mir. Der ist mega schön. Gut, Gold ist jetzt nicht so mein Ding, aber... Aufgabe komplett. Finde die Wahrheit hinter der Legende heraus. Mhm, 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 mhm. Ja. Gut. Lachsans Geist schläft hier und kann nur durch das Licht der Fackel der Hoffnung geweckt werden. Dann wollen wir sie doch mal entzünden. Ich muss etwas Stein abfeilen, bevor ich das hier aufheben kann. Stein abfeilen. Na gut, es fehlt. Tja, womit feilt man denn bitte einen Stein ab? Ach ja. Ich kann mal sie abbrennen. Oh, komm schon. Wo kriege ich denn jetzt eine Säge her? Oder eine Gartenschere? Wir gucken nochmal oben. Ach was. Ich wünschte, ich könnte diese Reben wegräumen. Ich wünschte, ich könnte sie anzünden. Das Licht des Leuchtfeuers könnte in der Lage sein, etwas in Brand zu setzen. Also, natürlich, mit einer erloschenen Kerze kann man nichts anzünden. Aber auch mit einer brennenden Kerze kann man nichts anzünden. Verdammt. Und hier können wir nichts mehr machen. Und hier haben wir eine Abdeckung, wo ein kreisförmiges Teil fehlt. Kann ich das Messer? Kann ich immer noch nicht. Ja, irgendwas? Nee. Zurück komme ich nicht? Nee. Gehen wir mal zum Baum der Vorfahren. Und hier komme ich aber auch nicht weiter. Wie bitte kann ich? Das wäre auch ein bisschen komisch. Ach. Verdammt. Das habe ich ja total vergessen. Das ist ja schon Asbach-Uraltes Loch. Äh. Nee. Eine Pfeile. Mhm. So. Nee, 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 nee. Da falle ich nicht drauf rein. Und wir machen erst das Gestrub weg. Ey, wo waren das jetzt? Einmal hier? Ach, verdammt. Ach, verdammt. Na gut, dann feilen wir jetzt mal einen Stein. Ja, gleich die ganze Hand. Was? Der nimmt die Hand mit? Eine Krallenstulpe. Wollte ich schon immer mal haben. Ich fühle mich gerade voll. Achtziger. Nein. Okay. Ich habe nichts gesagt. Eieiei. Eine Krallenstulpe. Was haben wir bekommen? Ein Drachensegel. Mhm. Gut, dann gehen wir nochmal hier hoch und machen mal das Gestrub weg. Und wir haben eine alte Münze. Also wir haben eine Brennerdichtung, ein Drachensiegel. Das muss doch bestimmt hier rein. Und das muss hier auch rein. Das allerdings nicht. Ach, natürlich. Das kreisförmige Teil. Das kommt unten rein. Edelsteine. Okay. Aber die Edelsteine kommen doch jetzt nicht hier oben rein. Nee. Das würde auch gar keinen Sinn machen, von der Form her. So. Da müssen wir also nicht mehr hin. Hier auch nicht. Sehen aus, die Bonbons. Ich dachte, jetzt kommt der Geist wirklich. Aber nein. Er schickt seinen Vertreter den Greif. Na gut. Vielleicht kommt er jetzt. Das magische Armband könnte hier hilfreich sein. Was denn? Nichts Pompöses? Keine Musik? Ach nee, hab ich ja ausgestellt. Okay, wir rechnen. Also, wir. Wie ja. Schreibt sie in die Kommentare, wenn ihr die Lösung wisst. Ähm. Hilfe. Vervollstände die Gleichung, indem du die orangefarbenen Steine an den richtigen Stellen platzierst. Also, eine Flamme plus zwei Flammen ergibt gleich drei Flammen. So, dann haben wir hier drei Flammen plus eine Sonne ergibt gleich eine Sonne plus drei Steine oder drei Flammen. Wobei das falsch rum ist. Also, das stört meinen inneren Monk. Gut, dann haben wir hier ein Fragezeichen und drei Flammen. Was haben wir denn jetzt noch über? Moment mal, Sonne gleich fünf und das ist eins. Fünf, hä? Okay, ich bin, glaube ich, falsch. So, wir können das jetzt noch machen, aber wo soll das hin? So, das misst ja dann. Äh, nee, jetzt bin ich, aber Moment. Okay. Äh, lass los. Lass los. Äh, so, dann Kommt der nicht hier rein? Kommt auch nicht da rein. Ich verstehe das hier gerade nicht. Also. Flamme plus Flamme. Es ergibt keinen Sinn. Flamme? Nee. Dann müsste das ja da hin. Warum auch immer. Ich, ehrlich. Das habe ich jetzt nicht gerade gerechnet. Das muss ich mal sagen. Ein großer Inspektor. Ja, danke. Aber, ähm, naja, was soll ich sagen? Das ist irgendwie so, als hätte ich gemogelt in der Prüfung. Aufgabe komplett. Beende die Sammlung der Reliquien. Äh, Reliquien. Okay. Was haben wir hier? Beende. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass es hier nicht sowas wie ein Tagebuch gab. So, wir haben ja drei Seiten gemacht. Das ist ja jetzt nicht doll. Okay, wir gehen zum Untergeschoss der Anlage und nehme ich auch auf? Ja, ich nehme auf. Oh Gott, das wäre jetzt was. Tja, das sieht alles ein bisschen stimuliert aus. Oh, ich habe vergessen, die Schriftrollen zu sammeln. Ich muss diese Balken bewegen, um wieder in die Anlage zu gelangen. Ich brauche ein Werkzeug. Ich nehme doch mal eine Metallstange. Ich habe jetzt gerade echt gedacht, das Spiel ist zu Ende. So, wir haben ja mal ein Zauberwürfel. Mal die Balken bewegen. Ich kann nicht zulassen, dass noch mehr böse Kreaturen durch das Portal kommen. Nee, das geht nicht. Stimmt. Ach, jetzt erinnere ich mich. Sie steht ja hier immer noch und versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Können wir irgendwas machen? Ach du. Sieht so aus, als wäre hier eine Krone gewesen. Und tschüss. So, das nehme ich mal mit. Tablet ist kaputt. Kabel können wir nicht gebrauchen. Bin mir sicher, dass dieses Anschlusskabel irgendwann nützlich sein wird. Ach so, dann nimm es doch mal mit. Naja. Warum auch unnötige Sachen mit sich rumschleppen? So, was haben wir denn hier? Ich kann es nicht ohne Werkzeug aufbrechen. Könnte etwas Licht gebrauchen. Okay. So, wir haben eine hängende Dekoration. Maggie. Da braucht man Schlüssel. Es mit bloßen Händen zu berühren, ist nicht die beste Idee. Nee, das will ich ehrlich gesagt auch nicht. So, was haben wir denn hier? Ein Brettchen. Ich kann hier Wasser holen, sobald ich den Griff gefunden habe. Auszieht sich also doch noch ein bisschen. Okay, wir haben Gummihandschuhe. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier reinmachen muss. Leeres Abzeichen. Ach ja, Wasser. So, mit ihr kann ich erstmal nicht sprechen, die ist auch völlig abgelenkt. Oh, hier ist noch eine Schriftrolle. Kann ich auch verstehen. Man muss sich auch auf seine Aufgaben konzentrieren, nicht so wie ich immer. Aber, ähm, das kriege ich nicht auf. Glühbirne. Ach so, was ist denn mit dem hier eigentlich? Von jeder Seite ist ein Stück verloren. Tja, das ist auch nicht so gut. Okay, dann gehe ich nochmal zum Generator. So, wo machen wir denn die Glühbirne rein? Nicht? Würde auch keinen Sinn machen. Eigentlich haben wir sie ja daher geholt, aber... Oh, schnell weg. Ähm, hm. Ich bin verzweifelt. Warum einen Schlüssel? Tja, wir könnten Licht... Nee, Schlüssel. Okay, ich gehe nochmal zurück, aber ich bin... Aha. Hier ist eine Taschenlampe. Na, sehr schön. Und hier fehlt natürlich auch eine Karte. Das wird wahrscheinlich dann diese Karte sein, die man erstmal präparieren muss. So, hier tausche ich erstmal die Glühbirne aus. Prima. Gucken wir mal hier in die Kiste. Ich sollte die Drähte nur mit geschützten Händen berühren und selbst dann würde ich es nicht machen. So, hält. Oh nein, hält nicht. Okay, wir brauchen Klebeband. Und gefaltetes Papier. Schauen wir doch mal nach. Ah, ein Gliedrich. Und ein Code. Und ein Würfelteil wahrscheinlich. Und ein Brief. Montageanleitung für eine Laserpistole. Das sieht aus wie eine Montageanleitung für eine Laserpistole. Gut, dass das hier nochmal steht. So, können wir denn irgendwas mitnehmen? Aber wir können vielleicht dagegen hauen. Geht natürlich nicht mit Eiche rustikal, ist klar. Abzeichendrucker. So. So. Also erstmal anschließen vielleicht. Also. Mach mir eine Zugang. Vielleicht suche ich an der falschen Stelle. Ja. Kriegen wir denn jetzt die Zugangskarte besprochen? Also das funktioniert ja hier erstmal nicht mehr. An ist das Teil auch. Ah, wir machen erstmal den Würfel hier. Oh. Ich dachte, die eine Seite geht schon mal auf. Aber leider ist das nicht so. Okay. Ich gehe nochmal zurück. Tja. Gut. Was habe ich denn hier noch übersehen? Ah ja, den Eimer. Vor allem frage ich mich, was sollen wir denn hier dekorieren? Hängende Dekoration. Irgendwas müssen wir aufhübschen. Müsse ich auseinanderbrechen? So. Und das ist irgendwie. Hm. Das kriege ich nicht hin. Tja. Ich bin nicht ein Stück weiter gekommen. Es ist echt blöd. Finde den Meteoriten. Schaue dich in der Anlage, um herauszufinden, wo der Meteorit versteckt ist. Sagt denn unsere Karte? Oh, das haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Das haben wir auch noch gar nicht freigeschaltet. Es ist tatsächlich doch mehr zu tun. So, hier ist was zu tun. Aber was? Vor allem, wo kann ich denn den Code eingeben? Tja, Schrauben entfernen, das dauert aber noch ein bisschen. Ich frage mal, das magische. Kristallkügelchen. Schrauben entfernen, ja, aber womit? Ja, das wäre jetzt auch eigentlich, aber... Gut, es ist bei einem Wimmelbild natürlich nie ausgeschlossen. Mhm. Gut. Freut mich, dass wir das Isolierband haben. So, die Energie wurde an den Computer zurückgegeben. Na, wunderbar. Bitte Passcode eingeben. So, 03842. Wir haben den Zugangsausweis. Mein Gott. Und kommen ins Reliqua. Also diese Wörter. Oh nein, was bist du denn? Wenn ich etwas auf das Glas klebe, kann ich es hier aufziehen. Was? Bitteschön, du bist frei. Er würde wahrscheinlich einen schönen Knochen zum Kauen genießen. Ja, wenn es meine nicht sind. Wer bitte macht denn so ein süßes Ding hinter Gittern? So, hier ist noch eine Schriftrolle. Hier haben wir noch ein Würfelteil und ein Messer oder ein Spachtel. Prima. So, dann fehlt eigentlich nur noch eins. Oh, eine Statue. Oh, das habe ich gar nicht mitgenommen. Ja, wir brauchen etwas Scharfes. Das geht natürlich nicht mit dem Meißel. Dann mache ich erstmal die Box auf. Okay, wir brauchen Nägel. Und ein Ornament. Und ein Knochen. Und noch ganz viele andere Sachen. Ja gut, dann machen wir das auch. Und suchen uns einen Wolf. Aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.